Hi Leute! Ihr seht uns heute zum letzten Mal, denn wir gehen in Röte. Damit machen wir Platz für die nächste Generation. Bis dahin ist es young erstmal in einer kreativen Pause. Wir hatten viel Spaß tolle Videos für euch zu produzieren und danken für die gemeinsame Zeit und sagen alle zusammen Tschüss!